Was geht ab meine SeaFighter, OZARIA und der Hype ist real, denn der nächste Dokkan exklusive Charakter, das nächste Dokkan Festival für das japanische Dokkan Battle ist kein anderer als der lang ersehnte Future Gohan. Wir werden uns alle Informationen aus den aktuellen V-Gems Scans, aus den aktuellen V-Gems Leaks gleich anschauen. Zuvor aber ein kleines persönliches Manko, jetzt schon zu Future Gohan, bevor wir uns überhaupt angesehen haben. Es ist leider der Future Gohan ohne Arm. Nicht falsch verstehen, nicht falsch verstehen, aber ich finde in Future Gohan, der quasi nur einen Arm hatte, der seinen Arm verloren hatte gegen die Schlacht in der Zukunft, sag ich mal. Ich fand gerade das hatte so ein Statement, dass er quasi seinen Arm aufgeopfert hat, um jeden beschützen zu wollen, dann gegen die Androids leider Gottes gefallen ist und Trunks ihn quasi leider leblos aufgefunden hat. Diese Szene hatte so viel Impact und gerade das hatte so ein Statement, dass er quasi seinen Arm dafür geopfert hatte, für die Menschheit. Ich fand das einfach nur atemberaubend, ich fand das wirklich brachial. Deswegen, ein kleines persönliches Manko, aber nicht falsch verstehen mit den Armlosen, ja. Ich wünsche es natürlich keinem, also Gott bewahre. Das ist einfach nur, das Statement, das Statement war wirklich brutal vom Future Gohan. Und es gibt leider keinen Future Gohan, der wirklich nur einen Arm hat im Dokkan-Battle. Deswegen haben wir es aufgegriffen. Anyways, wir schauen uns jetzt erstmal alle Informationen zum Future Gohan an. Denn Future Gohan wird der nächste, wie gesagt, Dokkan-Festwell-Charakter, heißt nach Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Momentan im japanischen Dokkan-Battle wird er der nächste Charakter sein, der nächste Kreatur-Leader. Und sein Banner wird dementsprechend dann auch erscheinen. Wir sehen aber auch schon hier Texel. Texel bekommt ein Extremsy-Awaken, sein Extremsy-Battle als nächster. Also doch nicht wie viele vermuteten Int-Ultimate Gohan. Der soll dann hoffentlich danach kommen, beziehungsweise an der Reihe sein, quasi sein Awakening zu bekommen, sein Extremsy-Battle von den älteren Liedern. Genau, das, was ihr recht seht, ist quasi Future Gohan, sein SR, so wie auch SSR-Job. Er ist vom Type super physisch und man kann natürlich dann zum Awakening, zum TOR, zum Future Gohan. Bevor wir gleich weitermachen mit den ganzen Details, was die ganze noch so steht, das hier nimmt das nicht so ernst, was hier oben steht. Das steht irgendwas mit zwei Downloads dran und drei, da steht im Prinzip Shoutout an Dokkan-Reddit. Und by the way, Shoutout natürlich an jeden, der die Scans hier zur Verfügung gestellt hat. Yonko Productions, Covita und, und, und. Alle Dünze, die da unterwegs sind und natürlich auf dem Dokkan-Subreddit. Ohne die Jungs hätten wir das gar nicht hier präsentieren können. Also Shoutout an sie. Und zwar steht hier quasi mehr oder weniger dran, dass quasi in Dokkan-Battle gerade zwei Millionen Downloads erreicht wurden oder über zwei Millionen Downloads erreicht wurden und die drei Jahre auch quasi, ja, dass es gerade drei Jahre Celebration ist oder stattgefunden hat. Entweder es ist ein Misprint oder es ist einfach nur da, sie signalisieren, okay, über 200 Millionen Downloads erreicht. Aber das ist ja schon seit langem. Wir warten ja seit langem für das 250 Millionen Download für die Celebration. Und drei Jahre hatten wir auch schon JPA. Also, das ist einfach nur so ein Fakt, sag ich mal. Anyways, was steht denn da noch dran? Jetzt sind wir auf Dokkan-Reddit. Und zwar wissen wir schon, das Ganze kommt Ende Mai, also nach Super Saiyan Blue Evolutions Banner. Und zwar ist Future Gohan der Leader der Future-Arc-Kategorie. Endlich! Diese Kategorie war wirklich auch lang ersehnt von der Fanbase. Aber jetzt bin ich gespannt. Ist es nur die Future-Arc von quasi Gohan? Oder auch von Super, als Trunks wiederkam? Ich hoffe, sie packen alles in einem und sehen da jeden Charakter, der aus der Zukunft kam. Hoffentlich. Hier steht halt Future-Arc dran. Das ist das Problem. Ich hoffe, sie machen da keinen Unterschied zwischen Dragon Ball Z Future-Arc und Dragon Ball Super-Future-Arc. Sagen wir das mal so. Sondern ich hoffe, die packen einfach alle zusammen mit rein. Damit die auch Goku Blackmonen sofort dabei haben. Und den neuen Charakter natürlich. Das wäre wirklich sehr, sehr cool. Ich finde, es hat nochmal einen geileren Ausdruck, dass quasi Future Gohan der Future-Arc-Leader ist. Finde ich richtig geil. Finde ich richtig geil. Und ich bin total gehypt auf diesen Future Gohan. Ich weiß, warum. Aber das ist wirklich eine der geilsten Gohan-Formen, die ich mag. Beziehungsweise der geilsten Gohans, die es überhaupt gibt. Finde ich Future Gohan am geilsten einfach. Quasi, weil er einfach so standhaft war. Anyways, hier hat natürlich seine Lieben da an der Stelle. Ich will die anderen Gohans nicht schlecht reden. Natürlich da Big Shoutout an Asni. An Ansgar. Der schwört ja auf Super Saiyan 2 Gohan. Super Saiyan 2 Gohan wäre auch brachial. Also über den müsste man gar nicht reden. Aber natürlich, mein persönliches Statement ist quasi. Beziehungsweise mein persönlicher Favorite aller Gohans ist Future Gohan. Ganz klar, wenn mich jemand fragen würde. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so gehypt auf ihn. Anyways. Und da werden dann quasi, was hier noch drin steht, in dem Bild steht da noch dran, dass manche Events erscheinen werden, an denen die Future Art Charaktere einen Vorteil haben werden. Die reden da wahrscheinlich darüber. Das, beziehungsweise nicht nur wahrscheinlich, sondern Texel wird quasi anfällig sein. Gegen das Extreme-Seal von Texel. Gegen die Future Art Charaktere. Denn wir wissen, jedes Extreme-Seal-Battle hat eine Kategorie, die sehr effektiv gegen sie ist. Bei Cell wird es die Future Art Kategorie sein. Finde ich, passt auf jeden Fall sehr gut rein. Und ich finde das wirklich sehr, sehr cool. Aber jetzt, wo ich gerade das Ganze mit Cell auffasse. Die Future Art Kategorie. Ich weiß, warum das immer in den Sinn kam. Könnte die Future Art Kategorie quasi, könnten sie damit meinen, die Cell-Saga? Mann, das ist ja quasi eigentlich die Future Art Kategorie, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt ganz genau nicht, wie die sie genannt haben. Oder meinen sie wirklich Future Art... Weil, das komische ist, da steht Arc dran. Das ist eine Saga. Und Future Gohan selbst war vom Film. Und das war quasi... Er war zwar natürlich wahrscheinlich irgendwo in der Future Art Saga. Aber wenn wir das so auffassen, dann war ja quasi auch Cell... Also das Ganze mit Cell, die Cell-Saga, auch quasi die Future Art Saga. Jetzt bin ich verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wer in der Krankenliste ist. Sobald wir das wissen, wir haben nur die Leaks, sobald das Ganze erscheint. Welches soll ich auf jeden Fall wissen lassen. Aber bis dahin, schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr? Was denkt ihr? Ist das quasi, ne... Ist das quasi, ihr sagt dir, ne, das sind nur die Zukunftscharaktere? Oder sagt ihr, die teilen das quasi auf mit Future Art von Dragon Ball Z oder Dragon Ball Super? Oder wie gesagt, alles zusammen. Oder sagt ihr, ey, doch, das war die Zukunfts-Arc, da gehört auch Cell dazu. Okay, da bin ich echt gespannt auf die Kommentare drunter. Weil ich hab grad irgendwie spontanerweise das nicht im Kopf. Anyways, sei es drum. Was hier dann noch steht, ist quasi, dass der physische SSR Super Sane Future Gohan Another Future. Geile Namensgebung. Seinen Awakening bekommen wird, sein Fest haben wird, sein Banner haben wird. Und ihn kann man dann awaken zum physisch UR Super Sane Future Gohan The Strength To Face Despair. Richtig geile, richtig geile Namensgebung an der Stelle. Und zuerst steht noch dran, dass Tech Perfect Cell sein Extreme Z-Battle erhalten wird. Das war auch schon alles zu den V-Jumpscans, zu den aktuellen V-Jumpscans. V-Jumps ist quasi ein Magazin im JP. Da werden dann quasi die neuen Sachen, das Shonen-Games, das Shonen-Genre, sag ich mal, repräsentiert. Zudem kamen noch viele weitere dicke News zu, unter anderem für Fighters. Zum Beispiel, ähm, Vegeta Blue als nächster DLC-Charakter. Auch Ende Mai, glaube ich. Dann die Dragon Ball, äh, Charaktere für den Film wurden quasi gezeigt. Mehr Charaktere, die Art für die, schaut auf, auf Twitter vorbei. Ich hab das Ganze retweetet von Vegeta, etc. Jetzt, von Beerus gibt's auch schon, Designs. Und das Allergeilste, ein neuer Dragon Ball Anime wird kommen. Ja, richtig, haltet euch fest, ihr wisst wahrscheinlich eh schon Bescheid, was ich sage. Nämlich, Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes wird ein Anime bekommen, wird ein Anime bekommen. Darauf bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Für alle genaueren Informationen, Details, schaut am besten mal Ruffy vorbei. Der hat bestimmt sicherlich schon ein Video gemacht. Ich hab mich noch nicht schlau gemacht. Worauf ich mich freue, ist natürlich dann, ey, Dragon Ball Heroes heißt neue Dokkan-Charaktere. Und in Dragon Ball Heroes geht wirklich sehr, sehr viel los. Darauf bin ich auch auf jeden Fall auch gespannt. Und Dragon Ball Legends wurde in den USA offiziell released. In den anderen Ländern folgt das noch teilweise. Halt auf jeden Fall die Augen offen. Ich hab auf Twitter alles retweetet, könnt euch gerne ansehen. Aber auf jeden Fall, was hat ihr von Future Go an? Und was denkt ihr? Future Arc-Kategorie. Habe ich euch zu sehr verwirrt? Habe ich mich selbst verwirrt? Oder war das am Anfang, was ich dachte, richtig? Future Arc, also alle Charaktere aus der Zukunft? Oder könnt auch die Setsager da eine Rolle mitspielen? Lasst mich, könnt ihr euch daran wissen. Ich werde auf jeden Fall reinsehen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Peace.